Das ist jetzt los. Wir können an der zweiten Auffahrt verlassen und in die Altstraße fahren. Die kommen vielleicht in die Köpfe und vielleicht nicht in die Seite, wenn sie nicht runter gehen. Ja, die kannst du nachher einfach rennen. Wenn jetzt jeder macht, 2-2. In zwei Kilometer sind wir anbieten in den schalen Steinbeeren. Da musst du gerne inpassen, dass die Kampulanz nicht entgegenkommt. Da ist ein Zuhörer-Wingstod. So, als man jetzt sieht. Das ist jetzt nach hinten.